hi liebe leute willkommen nicht mehr pissen aber willkommen zu meinem fad von let's play super mario maker 2 wir machen weiter und so langsam wird es hier fertig freie fad für kupa autos das hört sich nach einem auto level an das hört sich nach einem 3-year-old level an mit auto von nachwuchsen musikalen hatten wir vorhanden doch schon mal bei dem richtigen als level mal sehen ob das ja auch als wird mal gar eingestartet hier diesen bums da war doch nicht hier weg hä was für sonst geht sie gut nur in dieser müssen gerade eben nicht gestorben höchstens kann nach nächstem spack hoher dort die leute die nicht mehr da um haben was mit dem spieler daraus gefällt jetzt wird die Heilbarina Camdo drinnen sitzen und auf deinem Handy schauen? Ja. Allo, was ist denn das hier voll du Scheiße? Ich glaub, der Typ heißt nicht Champ. Scheiße. Ah. Don't touch me. Wo hast du das schmutzig? Was? Mario Kart. Alter! Ich überroll die Bums doch immer hier. Ah fuck. Wir kommen jedenfalls zu gestern. Hä? Moment. Hä? Hä? Was wollen die hier von mir? I need some help. Hä? 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 Was ist denn das hier für ein Mutterficker? Ah. Okay, ich versteh das Prinzip hier. Jetzt, jetzt packe ich den Wumms hier. Was meinst du? Warte. Das kann ich nicht schreiben. Immer nur halt bei der Sache. Jetzt, jetzt. Äh. Hock die doch wenigstens gesagt in die Cam. Das kannst du doch beim Schreiben. Warte. 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 Is die auch fast in der Un adolescentsẹiderman. Wir eigentlich nicht so möglich ist. Ja aber. ich weiß es siehst du e-balla so willkommen weiter geht's mit dem nächsten nämlich die große käfer attraktion und die das immer wieder machen weil du bist ja auch so ein bisschen käfer wenigstens kein hosen scheiße doch mindestens 80 münzen wird sagt mir es gibt mehr so was gibt es doch wahrscheinlich nie mehr immer einfach machen wie willst du die bitte nehmen actually it escalated quickly ich verstehe es einfach nicht so hoch wie soll man bitte hochkommen von nintendo stream nintendo stream ja sind richtig alt dieses video man das ist so ein was doch her will zeig mir ein video wie das gemacht wurde sagt mir lebe ist wie es gemacht wurde was ich weiß ich doch nicht kann auch schon alles ist in dieser woher kann man da bitte hochkommen ja du musst die preis der dinger da hoch werden ja kannst du nicht einfach mal dort schauen anstatt andere videos und die anzuschauen ist ich kann ich nicht wir heißen dass wir mach einfach so beim letzten super machen und die weit ja weil er ist doch um was hätte von der stelle wird zufällig fähig haben das ist ein kleines andere das ist ein bisschen bekomplikiert you know niemals 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 arschloch level ich schuhe ich zeig's dir wie heißt das level sag mir namen die große kieferaktion attraktion wir haben alles Look. I'm looking. Sag dir, das Ding hochwerfen. Den muss man nehmen und hochwerfen. Ich will es sagen, man muss die Passer aufwerfen. Ein Tespoken. Das ist kein Vorteil. Ich bin nicht so talentiert. Oe, okay. Weil es sich gibt auch nicht mehr als nur 80 Münzen. Neee. Das kommt so. Das soll ich mir nicht geholfen. Du musst halt die 50er-Münze treffen, das ist wichtig. Kostenbier. Ja, ja, ich hatte meinen Helm eh nicht. Das war ein Livestream 5.8.7. fast in den ersten 2016 jetzt in drei jahre ich war auch voll schlecht gemacht weil irgendwann habe ich das gemacht die tatsächlich relativ war also vor zwei jahren aber ein gehörter ich die ich ziele von nach oben und müssen auch können ich ziehe doch voll nach oben Spastenlevel Honk Miststück Pockenlö Ja, da hat es doch ein Entward-Handy, siehst du? Und deshalb habe ich Schiss in dir, Sandy Es ist Spastenlevel Hier, das war ein Halloween-Livestream, das war 2016 Das war auch legit Oh, dieses, das war doch Das war doch Aber war richtig krass gemacht, ja, alles, ne Was sie am liebsten noch, ähm, war drauf Komm ich jetzt, zumindest war voran hier ein bisschen, ne Das ist... Das ist scheiße, man, ich verliere immer meinen Helm Ach Oh mein Gott, das war eher Cavali-Tennis-Witz-Release Da habe ich die angeboxt, die ersten Betriebnahme Und hier mein erster Zelda-Proff auf dem Wald-Livestream Das waren legites Seiten Dann sah meine schlimmste Zeit lang mal so aus War krass, ne Nein Vor allem die geile Facecam da oben rechts Wieso tust du mir leid Zack, 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 Zack Ich weiß Aber du kommst voran Pokémon und der Zelda Eigentlich brauchst du nur 30, bei hast du nur 50 und 80 Ich hab dir eine Frage gestellt Pokémon und der Zelda Zelda Hier habe ich damals beides jetzt ausgepackt Das war so in 4K, das Video damals, ne Man hat das war nur 17 Qualitätsstandard Ist ja echt hochwertig aus, das Video Das war mein Nosehook Heiliger Blöater Tust du Tust du In der địَّinigung Tust du 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 die die das war einer aller aller allerersten Abonnenten gewesen also ich war nicht dein erster Abonnenten das weiß ich ne oh man hab ich verloren das ist ein bastelding das zum basteldingster zurück sich die Leute heute ein paar Videos machen ja wie für die der kleine Pisser ich mach keine ne ne was hat bei mir wer ist ne sonst nicht ne 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 gleichen das von Ballert kommen es heißt es ist eine lieb in jürgern und du hast all kommst das mal gut voran aber ich habe es dort nie echtes glaubt an der Nein Nein Du Welches dein Lieblingsverhält Ö Keine Ahnung Schossen überhaupt gar kein Marvel Nicht so krass Oh mein Gott Ich kann nicht hier Das Nein Nein Oh 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 Geil ne Ja Ich nehme echt nicht den Nuss 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 Ich muss die aber nehmen Spacken Dann was musst du nehmen 50er Nuss Na Jussi Ja Das war ja klar ich habe meine Hälfte und ein theoretisch wenn ich hier dann musste die 50er nicht langsamer nehmen Wenn wir den anderen einsamen es musste die 50er nicht nehmen naja Spacken Sollte Fuck Wie macht sie das denn? Ich finde einfach ein bisschen Ah lol, das bleibt bis, oder wie? Ach, das ist ah lol, das heißt dann was er macht den selbst passen noch mal oder wie und jetzt kannst du glaube ich jetzt die müssen einsam ist kannst du ja ohne die großen wenn du das ziel nicht vergallt hättest auf der seit erster genug für die viele ich hab sie musste funktionieren denn der hat nach warum und dann verstand über die umwege Fischhärter Söder also jetzt auch nur aber auch das Leben ist der ist die Wollabdinger ganz niedrig das ist das ist dass du die Dich hast du die da hast du heute nicht verrecken sonst wirst du am Arzt haben zu Lachen ist so früh, ne? Was? Was ist ein Furz da? Was ist ein richtiges und trockener Furz? Was? Why are you lachen? I caught it fun Boah, das ist erst gefurzt, Alter. Soll ich noch ein Level machen? Ja, dann machen wir den Part noch ein Level machen. Peace. Willst du? Nee, du darfst. Uh, ich glaube, dann werde ich nächstes Mal so zum Zocken. Artikel 13 wurde durchgesetzt. Oh mein Gott, 1350 Aufrufe. Boah, damals hattest du noch viele Aufrufe. Zurückst du heute nicht mehr als... Krass. Was? Damit hattest du 1000 Aufrufe fast pro Video. Jetzt. Das tut Wege. Tja, wo ist denn einfach mit der Seiten stunden? Wann das Video ist ja erst im Monat alt mit Artikel 13. Schon wieder einen Monat. Diesmal ist es echt an. Wann das Video ist da? Mario kann aber lang seine Luft anhalten. Oh Mario ist ein Skill-Typ. Prozent das ist die Verkürzung Loll Waffe stimmt die probleme jetzt ehrlich mit mir ist das auf er tut tut da war er hat stopp die ist zurück maut immer zurück nein wieso du kannst nicht mit mir betritten in der feuerleitung sind auch nichts als hinten das ist tot in Klinik das ist doch nur das lustige was wir tüten zu töten es macht spaß was ich sag ja dass das geht aber ich habe gesagt ich dachte du meinst ich soll wieder durch das vorgehen durch das frau du hast gut da du hast alle vergessen ist nicht noch verrecken wegen dem oder so das heißt er ist wieder komplett noch einst du hast du noch zeit und da ist das hauptgebäude dach fertig also das ist ein bald fertiges jetzt sind es geht erst hier in die anzüge noch neun Prozent aber da wieder Topia was wo sind eigentlich die ganzen Bauarbeiter aber es wurden die Bauarbeit auf einmal geklaut aber das machen wir doch im nächsten Part erst doch das dauert doch sehr viel ich versuche es einmal wenn ich es nicht schaffe dann aber ihr wisst ja dass so was passiert das ist doch dumm wer im nächsten Part geiler gewesen wann hast du morgens schon schlug nach der sechsten nach der sechsten dann bleibe einfach eine Stunde da und dann fahr mal zusammen kannst du eine Hausaufgabe machen in der Schule wenn ich die Hausaufgabe dann zählt er einfach so daneben und kommt dann zu mir naja komm ich morgen will ich es pressen das ist ein richtiges Castle Level als der ersten Boss Level die wirklich Boss Level sind in diesem Spiel und ich finde es dann ist lustig gemacht Lola ich finde es hier voll lustig ich finde es auch da kommt sie noch ein Boss nachher der Distanz erficken wird da will auch ganz von einem Torz die Feuerdinger abbekommen sonst was finden die nervös wieder ja aber interessant dass jemand überhaupt die Mühe macht Torz zu klauen was du denn ganz unten ja ich muss dort drauf wie das klingt einfach wie in die ADW-Sperre ach so wo muss ich dann hin die Meister so und links wo ich da auch schon der Rest ist da warst du schon ich war überall schon hier war es immer nicht doch da war ich zum Ankommen also da da war ich da nicht wie ich bin aber ich werde es nach irgendein Boss kommt oder er nicht ist das ich gehe kein Risiko ein es nützt doch gar nichts das ist doch wenn sie alles bringen wollen und da kommt der prophezeit der boss das ist das gescheatet und ich krieg nicht mal so ein bonus aber hey da was denn die torts wieder da und das freut den freut die baumeister johann damit haben wir die torts gerettet und der bau kann weitergehen okay da fehlt noch ein paar münzen für das bundklaß ja da brauchen wir ein paar münzen aber das machen wir im nächsten part weiter wir bedanken uns herrlich für so sehen macht gut bis zum nächsten mal und ciao